Mit Musik hören Geld verdienen ist ein Thema, was viele Leute interessiert. Deswegen möchte ich euch in diesem Video mal wieder eine Plattform vorstellen, mit der man das Ganze schaffen kann und mit der man bis zu 3 Euro pro Song verdienen kann. Wir alle hören gern Musik. Warum nicht also mit Musik hören Geld verdienen? In diesem Video gibt es mal wieder eine Plattform, auf der ihr das Ganze schaffen könnt. Und ja, wenn ihr noch mehr von solchen Videos zum Thema Online Geld verdienen in Zukunft haben wollt, gebt gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Das zeigt mir, dass euch diese Videos interessieren. Mein Name ist Leon Kramer und auf diesem Kanal bekommt ihr immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wer dich diese Themen interessieren, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du immer auf den neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr. Ich lade hier jeden Tag die neuesten und besten Methoden zum Online Geld verdienen hoch, die dir dabei helfen, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Online Geld verdienen durch Musik hören. Und ich hatte dazu ja schon mal ein Video rausgebracht. Dazu habe ich dann auch einige Fragen bekommen. Auch habe ich die Frage bekommen, ob es da noch weitere Plattformen gibt. Und ja, die gibt es. In diesem Video werde ich euch mal wieder eine weitere Plattform vorstellen, die ihr für diese Methode verwenden könnt. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Abonniert gerne auch zum Thema Online Geld verdienen unseren neuen Kanal, den Team Leon Kanal. Dort werden auch jeden Tag neue Videos kommen zu den Themen. Werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Und jetzt geht es auch direkt schon los. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja auf internationale, also zum Beispiel auf englische Musik konzentriert. In diesem Video werde ich mal ein Beispiel mit deutscher Musik geben, weil natürlich auch viele von euch deutsche Musik hören. Zum Beispiel auch deutschen Rap, deutschen Pop etc. Und ja, dazu sind wir hier wieder auf YouTube. Ganz wichtig, die Methode funktioniert mit jeder anderen Plattform auch. Das heißt auch mit Spotify, mit Soundcloud oder vielen weiteren Plattformen. Aber um es eben so einfach wie möglich zu erklären, werde ich das Ganze wieder mit YouTube machen. Das heißt, ich habe hier einfach ganz stumpf deutsche Musik eingegeben. Und hier können wir das Ganze wieder filtern. Das heißt, hier nach Anzahl der Aufrufen sortieren. Das heißt, hier zum Beispiel ist dann dieser Song mit fast 40 Millionen Aufrufen ganz, beziehungsweise fast 50 Millionen Aufrufen ganz weit oben. Jetzt können wir das Ganze nochmal filtern nach Creative Comments. Für die Leute, die immer ganz viel Wert aufs Urheberrecht legen, ist natürlich auch vernünftig. Hier haben wir dann zum Beispiel diesen Song hier von Isabel Bittner. Musik, deutsche Vereinsmeisterschaft. Oder hier andere Musikstücke, beispielsweise hier deutsche Eiche und so weiter und so fort. Das heißt hier verschiedene deutsche Musik eben, die eben copyrightfrei ist. Ich werde das Ganze jetzt mal ganz einfach anhand eines Songs machen. Ich werde mir hier mal einen Song raussuchen, beispielsweise hier diesen hier. Das heißt, hier werden wir jetzt einmal das Ganze auswählen. Und dann haben wir jetzt hier beispielsweise den Song. Es geht, wie gesagt, mit jeden anderen Songs auch. Aber ich werde das Ganze jetzt mal anhand dieses Songs hier machen. Das heißt, hier haben wir dann den Song, in dem wir ihn hier teilen, haben wir hier den Link, der direkt zum Song führt. Und den können wir jetzt hier einfach mal kopieren. Und jetzt geht es weiter mit der nächsten Plattform. So, und zwar hatte ich euch ja beim letzten Mal diese Plattform hier schon gezeigt. Da kriegt man ungefähr 1,50 Euro beziehungsweise 1,50 Dollar pro Minute. Und das ist natürlich eine Sache, die super ist. Aber da hat noch einige gefragt, gibt es da noch Alternativen? Und ja, die gibt es. Und zwar zum Beispiel diese Plattform hier. Und zwar könnt ihr dafür sehr gut die Plattform GoTranscript verwenden. Habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Hier bekommt man zwar nur ungefähr 60 Cent pro Minute. Aber das kann sich trotzdem lohnen, wie ihr gleich sehen werdet. Und zwar, ich habe da noch eine besondere Methode, die man wirklich richtig, richtig gut verwenden kann. Und bei der man wirklich sehr, sehr wenig Arbeit selbst hat. So viel kann ich schon mal verraten. Ja, wie gesagt, ich habe euch die Plattform in der Videobeschreibung verlinkt. Hier könnt ihr euch komplett kostenlos anmelden, indem ihr hier auf Jetzt bewerben klickt. Dann wählt ihr hier euer Land aus. Natürlich in den meisten Fällen Deutsch. Dann geht es hier weiter. Und zwar hier könnt ihr euch dann komplett kostenlos anmelden, indem ihr hier einen Account erstellt. Das ist auch eine 100% seriöse Seite. Keine Angst, das ist auch mit Sicherheit Daten schon zur Vertrauensgarantie. Alles hier ganz klar. Und ja, dann klickt ihr hier auf E-Mail Passwort. Dann könnt ihr euch anmelden. Bekommt dann eine E-Mail zugesendet mit den weiteren Informationen und könnt dann hier schon mit der Plattform, mit dem Geldverdienen starten. Und wie ihr hier wirklich das Maximum rausholen könnt, dazu gibt es die genaue Anleitung jetzt. So, und zwar diese Seite hier, otranscribe.com, hatte ich beim letzten Mal ja schon gezeigt. Hier fügt ihr einfach wieder das Video ein. Hatte ich ja eben schon gezeigt, wie man das kopiert. Zack, das YouTube-Video. Und dann habt ihr hier schon das Video und könnt das dann ganz einfach parallel hier laufen lassen. Und dann eben hier noch die Geschwindigkeit verringern, zum Beispiel schneller machen, langsamer machen. Und dann hier eben währenddessen, während das Video läuft, das Ganze hier automatisch eben selbst transkribieren, indem ihr dann eben das Gesagte dann eben wiedergebt. Das heißt, ihr müsst einfach den Songtext, der gesagt wird im Song, den müsst ihr einfach aufschreiben. Und dafür werdet ihr dann bezahlt. Das kann man hier mit dieser Plattform extrem einfach machen. Und ja, damit könnt ihr dann eben sehr, sehr gut immer wieder bis zu 3 Euro pro Song verdienen. Das heißt, ihr hört euch die Songs hier ganz normal an. Könnt ihr, wie gesagt, mit YouTube machen. Ihr könnt ansonsten auch die Songs noch vorher runterladen und dann hier hochladen. Das ist auch gar kein Problem. Und dann könnt ihr hier oben zum Beispiel die Geschwindigkeit einstellen. Das heißt, wenn der Songtext für euch zu schnell ist, kein Problem. Schnellt ihr einfach die Geschwindigkeit runter und dann ist der Songtext automatisch langsamer. Ihr könnt das Ganze dann ganz entspannt hier mitschreiben und dann hier eben, wenn ihr auch das Ganze schneller machen wollt, könnt ihr die Geschwindigkeit von Song einfach erhöhen. Dann könnt ihr noch schneller arbeiten und dann hier das Ganze, während ihr den Song hört, könnt ihr das einfach mitschreiben und damit dann richtig gutes Geld verdienen. Das heißt, das Einzige, was ihr wirklich machen müsst, ist das Gesagte, was im Song eben, also den Songtext müsst ihr einfach aufschreiben. Und bei vielen Songs, das ist eben der große Vorteil, die zum Beispiel eure Lieblingssongs sind, bei denen kennt ihr ja den Text sowieso schon in den meisten Fällen auswendig. Müsst ihr das einfach nur noch hinschreiben und seid dann auch schon fertig. Und das kann im Prinzip jeder machen. Man braucht da nicht besondere Computerkenntnisse dafür. Jeder kann hier einen Song sich anhören und das Ganze eben raufschreiben. Am besten natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel deutsche Songs habt, ist es überhaupt kein Problem. Aber ansonsten gibt es da auch noch viele Übersetzungstools, falls ihr da nochmal einen besonderen Tipp oder Trick für ausländische Songs haben wollt, mit denen man wirklich teilweise bis zu 7 Euro pro Minute verdienen kann. Und das ist kein Witz, dann mache ich dazu gerne auch nochmal ein Video. Deswegen gebt da nochmal einen Daumen hoch, wenn ihr das 7 Euro pro Minute Video noch haben wollt, dann weiß ich Bescheid. Jetzt gibt es nochmal eine richtig coole Methode, mit der ihr noch mehr verdienen könnt. So und als kleines Dankeschön an alle, die dieses Video bis zu diesem Zeitpunkt geschaut haben. Gibt es jetzt nochmal einen exklusiven Bonustipp für euch. Und zwar, es gibt jetzt nochmal eine geheime Profimethode, die ihr verwenden könnt, um selbst gar nichts machen zu müssen, aber trotzdem mit der Methode Geld zu verdienen. Und zwar, wir sind hier auf der Plattform Fiverr, werden einige von euch kennen, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier könnt ihr jetzt ganz normal diese Person hier zum Beispiel buchen. Die ist auch wirklich, wirklich sehr, sehr gut, hat schon über 560 Bewertungen, fast volle Punktzahl, 4,9 von 5 Sternen. Und die transkribiert eben 60 Minuten für gerade einmal 9,65 Euro. Das heißt, hier bekommen wir von der Dame 60 Minuten an Audiomaterial in Schriftform für unter 10 Euro. Und jetzt, für die Leute, die aufgepasst haben, die werden jetzt wissen, worauf es hier hinausläuft. Und zwar, wir hatten ja gesehen, auf der anderen Plattform kriegen wir, das können wir jetzt mal kurz ausrechnen, kriegen wir ja pro Auftrag, beziehungsweise pro Minute ungefähr 60 Cent. Das heißt, wenn wir 60 mal 0,6, also 60 Cent haben, dann sind wir da auf der anderen Plattform schon bei 36 Euro pro Stunde. Das heißt, hier bekommen wir auf der Plattform, wir können jetzt ja mit 10 Euro rechnen, damit ist es leichter, also können wir einfach 10 Euro abziehen. Das heißt, minus 10 Euro, bleiben aber trotzdem noch 26 Euro übrig. Das heißt, alle Aufträge, die wir auf der anderen Plattform bekommen, können wir hier einfach von der Dame für gerade einmal weniger als 10 Euro erledigen lassen und hätten dann eben pro Stunde jedes Mal einen Gewinn von passiven Einnahmen in Höhe von 26 Euro. Das heißt, wenn wir das Ganze dann zum Beispiel dreimal machen, also drei Stunden, dann wären wir dann schon bei knapp 80 Euro Gewinn nach, ja zum Beispiel sechs Stunden, also nochmal mal zwei, wären wir dann schon bei 156 Euro Gewinn und so weiter und so fort. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte es nur eine Stunde am Tag machen, ist ja völlig in Ordnung, viele wollen es ja auch nebenbei machen und man das dann einen Monat lang macht, also mal 31 für 31 Tage, dann hätte man eben schon in einem einzigen Monat 806 Euro verdient und dann mit dieser Methode auch noch komplett passiv. Wenn man jetzt sagt, man macht zwei Stunden am Tag, also mal zwei, dann nochmal, dann wären es schon über 1600 Euro und wenn man es drei Stunden macht, dann könnt ihr euch selbst ausrechnen, ist man schon bei über 2400 Euro und das einfach mit dieser genialen Methode im Internet. Und solche Methoden zeigen euch eben, was eben im Internet möglich ist. Das heißt, heutzutage gibt es für keinen mehr irgendwelche Ausreden, kein Geld online zu verdienen. Ja, wieder mal eine super Methode zum Online-Geldverdienen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen hoch geben und wenn ihr jetzt noch mehr verdienen wollt, schaut auf jeden Fall auf unserer Seite www.teamleon.de vorbei. Dort findet ihr den finanzielle Freiheit Meisterkurs. Über einen Link in der Beschreibung kommt ihr, wie gesagt, direkt auf diese Seite. Dort könnt ihr euch gerne dieses kurze Infovideo nochmal anschauen. Dort bekommt ihr über 80 Videos, die euch genau erklären, wie ihr bis zu 100.000 Euro online verdienen könnt und das Ganze komplett als Anfänger und von zu Hause aus. Link dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.